Moin, Herzsporn zur weiteren Folge, alles nur uns in Erdnigrott So, ich bin hier weiter am dümmen Ich muss sehen, wie sie mal wieder am Erdnigrack gehen Oh, dünn als ein Hektar Wunderbar Das ist doch schön So, Moment Ich habe mir jetzt aber auch überlegt, dass man hier zum dümmen oder so Äh, den Kurs bei Kurs selber ein Das ist ja, ich würde es dann so machen Naja, ich habe jetzt einbrach, ne Nur so als Idee So, hier Hier legen wir viele Ballen auf So, wenn geht das für hin? Ah, hier Hier Zwischendurch Was ist das so? Die Brille Ja, doch Ja, welche ganz perfekte So gut wie Gut Ja, das stück da lassen Ähm Noch irgendwas zu düngen Ne Düngemission Ach man Was da steht Nächste Folge werden wir mal gucken, Hofbau hier Was war das vielleicht beim Angriff nun? Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind Ähm Warte mal Stell mal davon, nehmen wir was Wasser So So Kann man fangen Gehen bestimmt Ja, nicht ganz so im Weg bitte Bisschen weiter drüber Ja So Ja Pass mal Gut Dann stellen wir den einen Schritt runter Warte mal Warte mal Ähm Da ist er Ja Warte wir gehen Ja komm Dankeschön In mir Und dann Ich Schreibe Ja Ja Ich Momente In Warte mal Warte mal Warte Na Warte Und dass ich krang JaED kla связ das ist eineavez existiert gut Nächstes Dresche Dresche mal hier weiter Jene mal fahren repecht auf wir brauchen nicht mehr wir müssen auch mal reparieren sehe ich gerade vielleicht die ganze verkehrt aber warte noch, danach noch eine mission jetzt die mutter uns sind auf der gerne zahlen danach haben wir ein ich glaube man gibt es auch nicht unbedingt welche nö 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 er ist keine lechse Alter die 2 angehoben ist gar weg man lässt sich davon noch mal rum und wir ein a nicht die mit kürzungen schmutzbar ich weiß nicht nur 6 war schnitt da drin muss ich den blick halten das reicht 6 was steht er werden auch reichen da noch um zu tun und auf die freunde zu tun weil ich habe kein was mit diesem was da habe ich auch kein bock mehr als wobei ich den drinnen gefahren gleich gibt man jetzt mieten aber das war ja auch unnötig eigentlich wenn ich jetzt alles mitnehmen ist anzuschauen Ich habe nur keinen Bock hier, Morgel Zuflitz vor dem Zuflitz hinzufahren Also Warten zu Das wird jetzt hier, wer ist auch schon mein so perfekt ich glaube der Tank wird raus ich glaube schon drehen wir hier rum dann müssen wir wieder nach dem Ballenwickler gucken ob der so schön ist treibt habe ich schon gewusst der nach hause führt von hier aus ach Hobschwein Hobschwein dann nehmen wir den Klee bauen wir nun das Rohrhaus wenn der Dritte leider für falsche Seite stehen aber gut macht nichts oh mein Gott das reicht mein Ding Abfahr nochmal runter ach den Klack wird mein eh nix auf jeden Fall müssen wir den mal sauber machen das sieht ja aus mit dessen mit dessen muss man weiß schon wo den drüben anfangen ich meine schnell werde ich überhaupt dran mitten sei grad dezent im Wegstunde ach ach du ein Junge mein schöner Anhänger der ist nagen null das sieht man nicht aber ich so und mein Mann da gibt man die Sonne da rein ok dann gucken wir kurz nach dem Wegler ne ne ein komisch wird ein dunkles glas äh hier sein jetzt aufzutanken ey alle 22 22 liter sind die welt es ist die lage herrn bei der gäste trennen ein bluerer kanz so dann bitte noch mal ok der tankt wickler hier ja da oben ok ja was hat sich bei uns übertrinken kommt nicht dann mal aber sehen aber ich habe es auch den worten drauf das war beim gas geben der mutter finde ich praktisch also es ist wie es wird man bei manchen autos in der laufzeit nicht ausgehen wenn man wieder glas gibt oder so oder die kupplung dann beginnt wieder ob man das was wirklich als passiert doch mal oftmals dass man vergisst dass der mutter ausfallen will oder der mutter ausgegeben sie das ist dann nervig wird man schickt mal den heim hier die hole soll ausgemacht hätten sieht es jetzt aus so jawohl hab ich noch was im lager drin morgen geht ich schicke mir den auch gerade noch ein dann holen wir mal die restlichen so jawohl und dann gucken wir mal in den zug dass wir den holler um mal ein paar so jawohl weg zu gucken aber es ist so dass wir bei dem so ein reichstück sagen wenn du nicht mal jemand sagen können dass die wisch gesenkt jetzt mal ich weiß ja nicht warum es auf einmal unten ist aber ok wird dann hier weiter so da vorne weiter lege noch ein paar also da so ja gut so bitte einmal da hinten hin ok fahrern wir den da hinten hin mann 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 es ist mir ruhig als fahren zu der nacht wenn wir so gewohnt haben wir jetzt drin im lager 31.000 so wenig hier wird zwei missionen durch wenig und das überlegt so ihr wohnen geht da auch nicht so viel ertrag so eine sache ok sind beide angekommen brems doch bitte brems halt noch ab so 25.000 vielleicht reicht es für beide mission und stopp naja schicken wir den los haben wir das zu getausend ist ja vielleicht reicht es ja beides zu getragen gut dann fahr mal den nach felsboden fahr mal durch den bahnhof durch dann sind wir auch gleich die rolle zwar an dem punkt wo ich rausgeschmissen weil ich nicht ja mit felsboden darf auch mal naja war ich lange genug von daher ok und tschüss ja alles verkaufen so ich müsste ich mal fragen hatte ich jetzt schon 44 prozent oder ich bin für nach spritzern ich möchte die kommen abschließend ich gucke mal nach ob ich die finden das potenzial und einfach machen jetzt also bis nächstes